Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Vom 5. bis 11. April läuft die DSB-Kader-Challenge. Ein Turnier, um den deutschen Nationalspielern innerhalb der Pandemie ein wenig Spielpraxis zu geben. Zehn der besten deutschen Spieler haben sich tatsächlich in Magdeburg getroffen, vor Ort in einem Hotel und spielen dort ein Turnierchen aus. Auch parallel läuft natürlich auch noch die DSB-Kader-Challenge für die Frauen. In diesem Video schauen wir uns die Partie an zwischen der deutschen Nummer 1 Matthias Blühbaum und dem allseits bekannten Niklas Huschi-Huschenbeet. Aus der zweiten Runde dieser Partie gehen wir direkt mal rein. Matthias Blühbaum beginnt mit Weiß, mit D4. Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5, Darmgambit, Springer C3. Hier gibt es viele Fortsetzungen für Schwarz, C6, Läufer E7, Springer BD7, wird alles gespielt. Und, oder D schlicht C4, Wiener Variante. Oder auch Läufer B4, ihr seht, viele logische Fortsetzungen hier. Niklas backt die Ragosin-Variante raus, ich habe keine Ahnung, ob er die schon mal gespielt hat. Auf jeden Fall war Matthias ein bisschen überrascht, glaube ich, denn er dachte so 5-6 Minuten nach und spielte hier E3. E3, das ist nicht der Hauptzug, aber wird auch regelmäßig gespielt. Sperrt den Läufer ja ein, aber sehr solide. Bereitet direkt die Entwicklung des Weißfeldringläufers vor. Kurze Ruchade, Läufer D2. B6, Schwarz möchte den Weißfeldringläufer entwickeln. Jetzt den Weiß einmal auf D5 raus, E schlicht D5, E schlicht D5 und entwickelt den Weißfeldringläufer. Schwarz geht jetzt prophylaktisch mit dem Schwarzfeldringläufer zurück nach D6. Ich denke, hier geht es immer darum, Schwarz möchte C5 vorbereiten und möchte den Läufer dann wieder hinter der Bauernkette haben, statt vor der Bauernkette. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit dieser eine Partie analysiert von Vincent Keimer. Ich weiß nicht mehr genau gegen wen. Vielleicht David Anton Gijaro, Biel 2020. Das war die gleiche Variante. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich meine, das war so letztes Jahr. Hier geht es weiter mit Ruchade. Turm E8 bringt den Turm ins Zentrum. Springer B5 greift diesen Schwarzfeldringläufer an. Schwarzfeldringläufer an. Schwarz möchte den Läufer nicht abgeben und geht ihm mit dem Läufer zurück nach F8 und wird dann den Springer vertreiben mit A6. Springer E5. Das ist so ein bisschen die Idee dieser Variante mit frühem E3 und dann dem Läufer auf D2 hinter der Bauernkette. Habe ich den Eindruck. Der Bauer E3 wird gestützt und es wird F4 geplant mit einer Attacke am Königsflügel. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Partie von Livio Dieter Nesipiano gespielt gegen Keimer oder umgekehrt, wo auch diese Variante Thema war. Oder die Struktur zumindest. Ich habe so viele Partien analysiert in den letzten zwölf Monaten, da kann man nochmal was vergessen. C5 attackiert das Zentrum. Sehr logisch. F4. Das ist hier so dieser Aufbau, den Weiß anstrebt. Mit diesem Monsterspringer hier auf E5. Der hier den Läufer, der hinter der Bauernkette steht, kompensiert. A6 vertreibt den Springer. Springer hat C3 zurück. B5 schwarz breitet sich am Damenflügel aus. Dame F3 bringt die Dame zum Königsflügel. Und ich denke, Weiß plant jetzt auch hier so langsam mal so eine Attacke hier. Macht auch den Turm frei hier. Bis hierhin hatte Niklas extrem schnell gespielt. Für keinen Zug mehr als 50 Sekunden überlegt. Aber hier dachte er, dass hier und jetzt in der Folge, in den nächsten Zügen, verbratete er, verbriet er. Ich weiß nicht, was ist die korrekte Form von Verbraten in der Vergangenheit? Ich weiß nicht. Verbrauchte sehr viel Zeit hier nach Dame F3 in den nächsten Zügen. Und spielt er jetzt hier C4. C4 greift den Läufer an. So ein Zug hat immer den Vorteil, dass er natürlich Raum gewinnt am Damenflügel. Und mit den Bauern dann, ja die Bauern wollen dann vorgeschoben werden am Damenflügel. Problem ist aber, dass der Druck aus dem Zentrum raus ist. Vorher hat er ja immer D4 attackiert, der Bauer auf C5. Jetzt ist das weiße Zentrum natürlich, ja es wird nicht herausgefordert. Es ist halt sehr stabil und kann nicht mehr angegriffen werden, richtig. Aus irgendeinem Grund verzichtet jetzt aber Niklas auf den logischen Vorstoß B4. Nachdem er C4 gespielt hatte, war es jetzt sehr logisch B4 zu spielen. Den Springer zu attackieren und ihn aus dem Zentrum zu vertreiben. Der müsste dann irgendwo, ja, der müsste auf ein schlechteres Feld halt. Und stattdessen spielte Schwarz hier Läufer B7. Das ist hier schon eine Ungenauigkeit. Und Blühbaum nutzte das aus und spielte jetzt hier A3, verhindert Schwarzes B4. Und dadurch kann er den Springer hier im Zentrum weiter postiert haben, der Weiße. Es ging weiter mit Springer BD7. Logischer Zug, Schwarz bringt den Springer ins Spiel, der noch nicht entwickelt war. Und jetzt geht's los. G4. Boom. Weiß greift am Königsvügel an. Es folgte G6. Hier zeigt die Engine Stock für Streit und schon großen Vorteil an für Weiß. Es gibt zum Beispiel den Zug Turm F2 mit Überführung des anderen Turmes nach F1. Verdoppelung. Und ja, man ahnt schon, dass am Königsflügel ein großer, starker Angriff für Weiß initiiert wird. Stattdessen spielte Blühbaum Läufer E1. Auch sehr interessant. Idee ist, aus meiner Sicht den Läufer nach H4 überführen und hier den Springer fesseln auf den schwarzen Feldern. Nicht mehr hinter der Bauernkette den Läufer stehen haben. Ja, all das gefiel Niklas überhaupt nicht. Er dachte nach und dachte nach und dachte nach und opferte hier einen Bauern. Springer E4. Er wollte den Weißen somit besänftigen. Weiß nahm natürlich den Springer. Springer E4, DE4, Läufer E4, Läufer E4, Dame E4. Weiß hat einen Bauern gewonnen. Und wenn man einen Bauern gewinnen kann und nichts dagegen spricht, sollte man ihn auch nehmen. Obacht, F6 funktioniert hier nicht. Bevor der Kommentar kommt, wegen Dame D5 Schach. Und Weiß steht hier komplett auf Gewinn. Hier hängt auch der Springer, sehe ich gerade. Also Weiß wird hier Material gewinnen. Stattdessen spielt der Niklas Springer F6, greift die Dame an. Man könnte jetzt die Dame zurückziehen nach F3. Sieht für mich sehr natürlich aus. Stattdessen spielt der Blühbaum nach einigem Nachdenken Dame C6. Droht das was? Eher nicht, ne? Aber die Dame steht da gut. So, jetzt dachte Niklas immer noch sehr lange nach und bot jetzt den Damentausch an. Dame D6. Ihm gefiel einfach nicht. Die Aussicht, dass Weiß am Königslügel zu einem Angriff kommt. Und der bot sogar, obwohl er im Bauern weniger hat, den Damentausch an. Blühbaum nahm das an. Dame schlicht D6, Läufer schlicht D6. Jetzt droht so ein bisschen Läufer schlicht D5, gefolgt von Springer schlicht D4. Deswegen spielte Weiß G5. Greift den Springer an. Der geht nach E4. Jetzt haben wir ein Endspiel erreicht. Damen sind getauscht. Zwei Leichtfiguren sind getauscht. Und im Endspiel kann man den König aktivieren. König G2 wäre jetzt sehr logisch, finde ich. Aber Blühbaum spielte H4. Auch gut. H6. Schwarz möchte sich so ein bisschen befreien hier. Die H-Linie öffnen. Weiß nimmt diesen Bauern erstmal raus. Turm A7. König G2. Turm C7. Aktiviert den Turm. Und ich denke, eine der Ideen ist hier C3. Gestützt vom Springer hier. Läufer A5 erstmal. Greift den Turm an. Stellt den Läufer besser. Und verbindet die Türme. Turm zurück nach C8. Hier denke ich, hätte ich König F3 sofort gezogen und den Springer angegriffen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was hier Schwarz gemacht hätte. Logisch erscheint mir einzig der Rückzug nach F6. Ich weiß nicht, ob er hier eine Figur geopfert hätte mit C3. Und solchen Geschichten. Sehr spekulativ. So oder so, Blühbaum spielte hier prophylaktisch Turm FC1. Will C3 verhindern. Jetzt kommt F6. Greift den Springer an. Der Springer nimmt hier den Bauern auf G6. König A7. Attackiert den Springer und den Bauern auf H6. Und hier muss Weiß vorsichtig sein. Der Springer hat keine Rückzugsfelder. Aber es geht H5. Und der Springer kann über H4 wieder zurück. König schlägt H6. Wir sehen, Niklas aktiviert den König. Springer H4. König schlägt H5. Plötzlich geht der schwarze König voll auf Wanderschaft. Jetzt seid ihr mal dran hier. Was meint ihr hier, hat Matthias Blühbaum gespielt? Die aktuelle deutsche Nummer 1. Gemäß FIDE-ELO. FIDE-ELO. Genau. Gemäß FIDE-ELO. Gucke ich nochmal nach. Das stimmt doch, oder? Matthias hat zur Zeit eine ELO-Zahl von 2670. Und ist die Nummer 1 in der deutschen Rangliste. Dahinter ist Alexander Donchenko. 2,659. Bei diesem Turnier spielt auch mit Rasmus Swane. 2,613. Andreas Heimann. Dimitri Kollas. Während ihr nachdenkt, erzähle ich das. Luis Engel. Frederik Swane ist auch dabei. So. Weiß spielte hier König F3. König F3. Saustarker Zug. Er sagt, pass auf. Wenn du den Springer nimmst, dann setze ich dich matt. Matte. Genau. Dann ist der schwarze König schachmatt gesetzt. Auf der H-Linie. Natürlich sieht das ein Großmeister. Niklas zog. Turm G8. Will die G-Linie decken. Aber da hängt der Springer. So, jetzt müsste man sich eigentlich fragen, gab es hier keine Rettung für den König? Konnte er nicht einfach zurücklaufen? Irgendwie abhauen? Nee, nicht wirklich wegen. Turm G1. Turm G1 ist stark. Sperrt dem König den Weg ab. Und jetzt kommt Springer F5 schach im nächsten. Turm G7. Turm H1. Schachmatt. Auf der H-Linie letztendlich. Das kann schwarz hier nicht verhindern. Ne. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gut. Turm G8. Gut. Das opfert erstmal den Springer auf E4. Aber natürlich hat er das Niklas berechnet und wollte jetzt hier den Springer wiederbekommen. Das hat er auch. Aber jetzt wird er forciert matt gesetzt. Turm H1. Schach. König G3. Turm. Der andere Turm kommt nach G1. Schach. König F2. Und wo ist das matt hier, Leute? Rechnet mal ein bisschen. Tut mal was. Verbessert mal eure Rechenfähigkeiten. Wo ist es hier matt? Wie wird schwarz hier matt gesetzt? Es ist matt in 1. 2, 2, oder? Ne, 3, 3. 1, 2, 4. Wenn schwarz noch den Turm opfert. Matt ist es nach Läufer. Mann. Läufer E1. Schach. König E2. Niklas gab hier auf. König E2. Weil nach Turm H2. Oder gab er hier auf? Ich weiß. Ne, jetzt gab er auf. Turm H2. Schach. Hier gab er auf. Man kann jetzt den Turm dazwischenstellen und den Ob, der ist matt, hinauszögern. König dahin. Läufer E3. Schach matt auf der Grundreihe. Hier auf D1. Im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte. Unglaublich. Selten so ein matt gesehen. Ähm, sieht man normalerweise nur in, ja, alten Klassikern. Wobei in diesen alten Klassikern wird der König eigentlich gezerrt, ne? Hier, Niklas ging so ein bisschen freiwillig zum Schafott. Nach Turm H2 gab er auf. König D1 übrigens. Auch hier einziger Zug, weil der weiße Turm ist angegriffen. Läufer G3. Matt. Schach matt, ne? Der Läufer muss hier die G-Linie versperren, damit der schwarze Turm nicht den weißen Turm schlagen kann. Ja, bittere Pille für Niklas. Matthias Blühbaum rehabilitierte sich. Deutsche Nummer 1. Weil am ersten Tag verlor er gegen Frederik Swane. Und Frederik führt das Turnier an. Der Underdog im Turnier. Der mit einer Elozahl von 2421 noch viel mehr. Total underrated. Ich habe ihm ja gesagt, als ich mit ihm gestreamt habe. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wenn ihr das gesehen habt. Dass Frederik, du wirst bald Großmeister sein. Da bin ich auch voll überzeugt von. Sau stark. Und hat in der ersten Runde Matthias Blühbaum geschlagen. In einer wirklich tollen Partie. Und in der zweiten Runde Remis gegen, ich gucke nochmal schnell, gegen Andreas Heimann mit Schwarz. Ich werde jetzt die DSP-Kader-Challenge den nächsten Tagen natürlich verfolgen. Gucken, ob nicht die ein oder andere tolle Partie dabei ist. Und werde sie hier für euch kredenzen. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, wo ist Vincent Keimer? Warum spielt er nicht mit? Ganz einfach. Vincent spielt vom 8. bis 11. April die Julius Bear Challengers Chess Tour. Ein super Turnier, organisiert von Magnus, Play Magnus. Das jetzt über die nächsten Monate laufen wird, wo die stärksten Talente weltweit aufeinandertreffen. Tolle Möglichkeit für Vincent und deswegen kann er hier nicht mitmachen. Gut, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Und falls ihr noch den Kanal noch nicht abonniert habt, schnellstens nachholen. Tschüss.